Was ist oberflächlicher Blasenkrebs? Oberflächlicher Blasenkrebs ist eine Malignität, die die Blasenwand nicht verletzt hat. Oberflächliches Blasenkarzinom, das in der inneren Blase verbleibt, wird als Malignität der ersten Stufe angesehen. Blasenkrebs ist mit seiner hohen Rezidivrate eine der am schwierigsten zu behandelnden Krebsarten. Wenn er jedoch frühzeitig diagnostiziert wird, verringert sich die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Auftretens. Eine Operation zur Beseitigung der Malignität ist ein wesentlicher Bestandteil der Behandlung von oberflächlichem Blasenkrebs. Nachfolgende Krebstherapien, einschließlich Bestrahlung und Chemotherapie, können ebenfalls verabreicht werden, um verbleibende Malignitäten zu beseitigen. Eine Vielzahl diagnostischer Tests kann durchgeführt werden, um eine Diagnose von oberflächlichem Blasenkrebs zu bestätigen. Die anfängliche Urinanalyse kann Krebszellen identifizieren, die zu bildgebenden Untersuchungen einschließlich Ultraschall- und Computertomographie zur Beurteilung des Harntrakts, insbesondere der Harnblase, veranlassen. Eine Biopsie des Tumors wird im Allgemeinen für Labortests durchgeführt, um ihn als bösartig einzustufen oder zu bestätigen. Zusätzliche bildgebende Verfahren wie die Magnetresonant-Tomographie sind für die Bestimmung der Invasivität oder des Stadiums des Tumors von Nutzen. Alle Tumoren werden durch genetische Zellmutation ausgelöst. Was diese Zellmutation auslöst, ist oft unbekannt. Wenn sich Zellen kontinuierlich vermehren und es keinen Zelltod gibt, sammelt sich die Vielzahl der Zellen, um ein Wachstum oder einen Tumor zu bilden. Oberflächlicher Blasenkrebs entsteht durch eine Mutation in den Übergangszellen des Organs. Es gibt keine bekannte Ursache für die Entwicklung von Blasenkrebs. Regelmäßige Exposition gegenüber Karzinogenen am Arbeitsplatz, einschließlich aromatischer Amine, wie sie bei Berufen wie Malen und Textilien auftreten kann, scheint das Risiko für Blasenkrebs zu erhöhen. Personen, die rauchen, und Personen mit Blasenproblemen in der Vorgeschichte, einschließlich wiederkehrender Infektionen und Steine, entwickeln mit höherer Wahrscheinlichkeit auch Blasenkrebs. Anzeichen und Symptome eines oberflächlichen Blasenkrebses können zunächst subtil sein, sich jedoch schnell entwickeln. Menschen erfahren häufiges, schmerzhaftes Wasserlassen, das von Bauchschmerzen begleitet sein kann oder nicht. Eine wiederkehrende Harnwegsinfektion ist ein weiteres Zeichen für eine mögliche Malignität in der Blase. Bei manchen Menschen mit oberflächlichem Blasenkrebs kommt es nicht selten vor, dass beim Wasserlassen Blut austritt. Abhängig von der Konzentration des Blutes ändert sich die Farbe des Urins möglicherweise nicht oder es nimmt einen tiefgelben oder braunen Farbton an. Eine Operation zur Entfernung der Malignität ist der erste Schritt bei der Behandlung von Blasenkrebs. Da der Tumor nicht in das umgebende Gewebe eingedrungen ist, kann er ohne Komplikationen vollständig entfernt werden. Die anschließende Behandlung von oberflächlichem Blasenkrebs erfolgt häufig individuell und hängt vom allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten ab. Bestrahlung und Chemotherapie werden im Allgemeinen verwendet, um die Ausrottung aller verbleibenden Krebszellen sicherzustellen. Beide Therapien können abhängig von der Dosis und dem Verabreichungsweg Nebenwirkungen haben, einschließlich Appetitlosigkeit, Übelkeit und Müdigkeit.